Lass mal einen klar machen, bist du behindert? Hurensohn, Mot. Wieso musst du manchmal über kleine Kanten hüpfen und über die da vorne mit dem Brett nicht? Verstehe ich es nicht. Da muss Timo immer so behindert sein. Merkt man. Da ist er. Guck da. Einer längs, komm guck. Nice. Hä, von wo denn? Ja, die pushen ja nicht. Och Leute. Alter, wieso erwischen die jeden? Warum sind da auf einmal drei? Wieso erwischen die uns alle? Ich lauf jetzt B. Alter, die treffen uns einfach und so'n wir gar nicht. Wieso? Treffen wir über Connector. Das klappt nicht, das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Komm, du schaffst es. Ach, schade. Ja, gegen zwei Leute. Hätte man besser lösen können. Da sind, da ist einer. Ja, die sind beide. Mitte. Das ist mal Timo, bitte Ace. Hat überhaupt einer. Von wenigstens einen. Sehr schön. Komm, die anderen holst du auch noch. Rechts von dir, hinter dir. Ja, hat einer gehabt geguckt. Rechts. Nicht. Nice. Oben ist noch einer. B, B Short. Nice. Läuft. B Short. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Also, ich hab' auf einmal gehört. Hey, der bewegt dich doch. Timo. Ich hör'n ja noch nicht doppelt. Wir sind rechts da oben. Nice. Timo. Pack's aber nicht mehr. Hinter dir. Ne. Hä, wo hörst du immer dauernd was? Hä, ich hör'n ja was. Ach, Timo. Das war dem alle Händler. Oh, Timo, mein Mist war so nice.